Ok, ich bin wieder runtergefallen, nice. Du brauchst nur noch 20 Versuchen, bis es wieder geschafft hast. Wir beide fehlen, wir beide! Das geht mit nicht, Alter, das geht mit einfach nicht. Felix, aufhören! Mach mich fertig jetzt. Nein! Nein! Was? Ich, ich, nein, nein! Eventuell ist dann noch ein Vierersprung. Ich hab keine Ahnung, Alter. Anders gibt's nicht, ich hab das nicht einmal geschafft, Mann. Fuck, ey, bin ich runtergelaufen. Bin ich runtergelaufen. Ja! Ja! Nein! Wie nur? Warte, wie komm ich denn hier drauf, Felix? Das ist voll easy. Warte, ich zeig dir das so. Scheiße. Ich hab keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, muss ich zugeben. Matthias, wie komm mal hier drauf? Äh... Ja. Easy. Ziemlich leicht. Matthias, mach dir das jetzt vor. Wenn ich da wieder hinkommen will. Also das ist für mich so ein Sprung, den könnte ich sehr oft machen. Nein! Nein! Ich bin hinten rüber gelaufen. Erklär doch mal, wie du den machst. Erklärst mir doch nicht, wie der Scheiß hier geht. Machst du den mit... Das, ey! Ne! Nein! Wurde geschlagen. Das ist die einzige Möglichkeit. Du musst zu der richtigen Zeit aufhören, wehzudrücken. Fuck. Er wollte gegenspringen. Mach das einfach kaputt. Ja. Du musst halt quasi so ein Bogen springen. Das ist wie bei... Strafe Jump! Ja! Ja, genau. Das ist wie so ein Strafe Jump in CS GO. Eigentlich. Der Finger krüppelt gerade richtig hart ab, ey. Ja, Mann, der Finger ist richtig down. Seen stellt es mir in der linken Hand und ich mach das hier. Mann, ich meinte das nicht. So viel gewixt, oder was? Ja, mit links. Die Fremde. Ja, keine Ahnung. Richtig. Nein! Vielleicht musst du ja beide Hände benutzen. Ja. Kann auch sein. Ich hab extra so einen Gummi-Zug dafür. Den muss ich rumlegen, damit das klappt. Das klappt das nicht, ich rutschte da jedes Mal drüber. Das ist echt gar krass. Ich hab' das nicht. Ich hab' das nicht. Oh, sorry. Oh! 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 Fuck, ey! Ah, das... Was? Was? Oh, fuck! Ich kann nicht jedes Mal machen. Ich hab' das wirklich irgendwie gemacht. Ich hab' meinen Trick nicht angewendet, der auf 100% ist, und dann verkack' ich den Haar. Welcher Trick denn? Deine Mutter zu ficken, ey. Oh, was? Boah, der ging jetzt unter die Gürtellinie. Alles klar. Er beleidigt mich. Rage-Quiz. Ich bin so inkompetent, ey. Fuck ey. Das ist doch, Mann, das ist echt nicht lustig. Wir nehmen übrigens hier schon diese Folge ne halbe Stunde auf, ja? Die scheiß Folge geht schon ne halbe Stunde. Alles nur wegen euch und eurer Kompetenz. Ja! Oh, fuck! So, wir können hier ja so fließend mal nen Cut machen, was die Folge angeht, ja? Nein! Weil wir so hart inkompetent sind. Beende ich die Folge. Und, äh, hier wird die Folge jetzt beendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei der neuen Ausgabe von Hashtag Kompetenz. Äh, wo wir hier, oh Gott, äh, richtig krass eure Mütter ficken. Und, äh, zwar beim Jump'n'Run. Was? Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall. Damit sage ich immer nen riesen Rieben. Auf Wiedersehen. Ja. Alles klar. Damit, ciao. Drei, zwei, eins, los. Wir kommen zurück zur nächsten Folge Inkompetenz mit, äh, Fins Riesenriemen. Als Special Guest. Als Special Guest. Fins Riesenriemen. Was hast du dazu Riesenriemen? Man nennt mich auch Riesenriemen. Scheiße. Oh Gott, der neue Steam Name. Alter, ich schaff's nicht mehr. Riesenriemen Finn. Riesenriemen Finn. Oder Riesenriemen Bill einfach. Ich schaff's einfach nicht mehr. Das ist so kacke, ey. Ich schaff das alle 40 Mal einmal. Ich glaub, das ist die gute Quote. Auf jeden Fall, ey. Ich schaff's gerade gar nicht mehr. Ich hab so ne Zeit lang jeden Try... Ach, Mann. ...geschafft. Ah, nein. Ich war dran und dann war ich nicht mehr dran. Und ich bin nicht rüber gerutscht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich drück nicht, Chef! Ich drücke zu viel. Oh. Auf dem Pot. Ich bin so krass. Ich drück zu viel. Ja! Ja! Nein! Du hattest jetzt zuschlagen müssen. Eigentlich schon, ja. Äh, Toggle, Downfall. Oh, komm schon! Oh, Mann. Ich hab nichts gesehen. Ich war dran, glaub ich. Nein! Nein! Alter, ich war beim Vierer. Ich war da oben beim Vierer. Ich konnte die Betten quasi ablecken schon. Okay. Alles klar, Felix. Ich konnte meine... Heute erfahren wir ein bisschen über Felix Objektophilie. Ich konnte meine Zunge... Keiner, was das Objektophilie ist. Okay. Doch, natürlich. Aber es ist halt nicht witzig, dass ich Objektophil bin, ja? Das ist einfach, weil es wahr ist. Ach so? Nein, das hab ich nicht damit impliziert. Nur ist Objektophilie nichts witziges, sondern vermutlich für mehrere Menschen auf dieser Welt... ...erregend. Ich finde es ziemlich witzig. Jawoll. Ja, deswegen lachst du auch so viel. Ich lach nicht so viel. Das Spiel ist scheiße! Das Spiel ist nicht kacke, ey! Der einzige, der kacke ist, bist du und ich und äh, Matthias. Ach man, dieser dumme Schwengel da, Mann! Ach man, ich bin so inkoment jetzt gerade, ey! Oh Gott, Mann, das war schön! So richtig! Ach ja, genau! Und... Ach man, ey! Ich hab das jetzt aber auch schon wieder tausend Mal nicht geschafft! Nein! Ups! Da... Da war... Hat mein Mikrofon wahrscheinlich gerade... Ach man, wir machen das jetzt, okay? Ich muss... Dieser Sprung hier... Alter, ich bin über die fucking Mauer drüber gesprungen! Hör ruhig! Hör ruhig! Ich will die ganze Zeit irgendwie Tab drücken! Nein! Ich hab bestimmt schon wieder... Oh Mann! Nein! Oh Gott! Na! Das hier wird auch gut! Ah! Jetzt wollen wir wieder tausend Versuchen, bis ich da oben bin! Nein! Ich... Ich... Ich will immer eine Taste nach oben... gehen anstatt nach unten! Versteht ihr, was ich meine? Ich will quasi statt... die Feststell-Taste drücken anstatt die, äh... Steuern... Ach man, jetzt geh doch einfach mal nach hoch, du Wichser, Mann! Da! Der war knapp! Ich wäre fast noch drauf geflogen! Finde ich nicht gut von dir, Matthias! Was? Ja, dass du mich so schlägst! Oh! Hä? Hä? Fußspun? Hä? Fußspun? Ach, ich bin auch einfach... nicht auf der Höhe gerade, ey! Alter, mein Movement ist viel zu... Rainbow Six-lastig! What? Du hast doch eben nie mal gespielt! Ist doch egal! Trotzdem ist mein Movement... Mein Movement kann ja nicht zu CSGO... MAN! Das gibt es nicht jetzt! CSGO-Movement kacke ist! MAN! Mann, Finn! Mach das doch einfach mal, Finn, ja! Mann, ich hab das jetzt zum vierten Mal hinter dem Scheiß-Schrung verkackt, Mann! Ich hab zum zweiten Mal einfach drüber gesprungen! Mit welchem? Und drüber gelaufen! Z-Time zusammen? Nein, auseinander! Ja, klappt nicht! Warum? Ne, ich mach einer von euch! Oh, Alter, was ist denn los mit dir? Ja... Wedeutet bis du eigentlich? Wedeutet bis du eigentlich? Nein! 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 Alter, ich bin... Auf die scheiß Wand drauf. Puh. Ich glaube, Leute sollten das spielen, wenn die so Anti-Aggressions-Tränke gemacht haben, um zu gucken, ob sie nicht mehr aggressiv werden. Äh, keine gute Idee. Also Minecraft ist irgendwie schlimmer als so manch anderes Videospiel wie zum Beispiel FIFA. Ich erinnere da an einen bestimmten Tag auf dem Minecraft-Surfer. Nein! Ich wäre fast dran gewesen, so zu 95% war ich dran. Aber das habe ich glaube ich noch nicht FIFA-Spiel erlebt, dann würde ich es doch nicht behaupten. Ja, ich mag FIFA eh nicht, deswegen FIFA ist Kacke. Was in der Augen? Drecksspiel. Nein! Kann EA gleich aufhören zu produzieren. Ja, wirklich? Verschwendung von Ressourcen. Bringt denen nur 3 Milliarden ein, das ist nicht so viel. Im Monat. Ja, im Monat, genau. Weil die Leute so viele Packs öffnen für diesen, diesen Dings. Boah, da habe ich da so viel Geld reingesteckt, ne? Da bin ich absolut traurig drüber. Ja, und wie viel spielst du das jetzt noch? Ich habe ein P3 verkauft. Oh, das ist aber ärgerlich. Ich habe auch nicht dieses Jahr gezuckt. Dieses Jahr habe ich gar nicht gekauft. Ja, da ist EA sehr traurig drüber, dass du nicht mehr treuer Kunde von FIFA bist. Ich will nichts kaufen, wenn es noch... Wenn irgendwelche Kollegen von mir aus auf PC spielen würden. Das macht halt kein Wunsch. Puh, ja. Was daran liegt, dass FIFA kacke ist. Was noch kacke ist? 99% dran. Ja, du. Na... Boah, das ist richtig regiert. Komm schon jetzt, Mann! Es ist so... Ich habe richtig was rausgekauft, ey. Züglich habe ich es gelassen, ey. Aha. Bei Matthias stinkt es gerade richtig hart. Nee, nicht in dieser Form mit einem Spruch. Oh, den kann man nicht bringen. Naja. Nicht in der Aufnahme. Kommt da ein N-Wort drin vor? Nee, aber was hart Diskriminierendes. Was ist denn gegen Nussschale? Nussschale, äh... Sind manche Menschen allergisch gegen, das ist nicht so gut. Gegen Nussschale? Ja. Ja, Hülsenfrüchte. Gegen Nussschale kann Spuren von Nüssen enthalten. Steht doch auf der Verpackung drauf. Riechst du nicht oder was? Hast du recht. Ach so, man verkauft die mittlerweile? Aber ich habe gehört, die EU will was gegen sie machen. Und die Türkei will auch. Ja. Ist auch richtig so, Nussschalen sind schon richtig krass, Alter. Fast illegal. Illegal. Schon wieder nie. Das ist doch, glaube ich, ganz groß. Ey. Ich habe schon zwei Meter immer geschafft, Leute. Ich auch. Mann, ich schaffe diesen Sprung nicht mehr, ne? Ja, ich springe einfach nur... Nur, nur, nur... Nicht mal auf die erste Glocke. Nur, 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 nur... Felix.exe hat aufgehört zu arbeiten. Nur, 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 nur... Jetzt spring noch mal. Ich bin drüber gerutzt. Ja, nein. Bin da richtig perfekt dran gesprungen. Was hast du gesehen? Wart ihr schon beim Vierersprung? Ja. Alter, drei von drei, Leute. Jetzt fängt Matthias wieder an, hier zu cheaten. Das ist doch kacke. Und ich springe. Bin auch bei drei von drei. Wart ihr hier? Wie machst du den Sprung hier vorne? Ich bin von... Bei null von hundert. Wart ihr? Wart ihr? Wie machst du den hier? Ficken, ey. Ficken, ey. Wie machst du den? Du gehst da so in etwa da, wo du bist und dann Einzelsprung da dran, da drauf. So. So eben wie Matthias. Mit Shift, oder was? Oh nein. Okay, so geht's nicht. Nein, nein, nein. War das der Vierer? Ich hab'n Drehersprung mit der Leiter, Leute. Was? Ich hab'n Drehersprung mit dem ersten Sprung. Fünf von fünf gerade. Das ist übrigens nicht der Erste. Ich hab' vier von vier gehabt, jetzt hab' ich fünf. Vier von fünf. Ich rutsche die ganze Zeit nur drüber gerade. Ich spiele gerade so wie Matthias am Anfang. Nur ohne Fins Mutter. Die brauche ich nämlich nicht. Ist auch zu krass für dich. Oh, ich bin schon wieder drüber drüber drüber. Nee, ich bin nicht zu krass für dich. Mama! Oh, ich bin dran. Oder wir kriegen das noch hin, Leute. Ja. Ja. Ich bin dran. Na sieben von acht. Bitte was? Mich hätte es noch gefallen. Ich bin noch gecrouched. Crouch. Äh, wie machst du den denn, Matthias, da, den, den einen? Machst du den gecroucht? Boah, wie kann ich denn so inkompetent sein? Machst du den gecrouched? Den von dem Block auf die Leiter. An der Wand. Die erste. Was? Den da, wo du jetzt gerade bist. Den da, wo du jetzt gerade bist. Den da. Machst du den gecrouched? Nee. Okay. Ey. Ich bin gerade zur Kacke dafür. Ich verkackte den Vierer. Ach man, ich verkackte wieder von einem Ende zu anderen. Nein. Der Vierer ist aber auch echt mies, ey. Ich hätte den Spaß so früh schaffen können, aber nein. Ich lasse euch da mal erst mal machen, ne? Ja. Nein, das gibt es nicht, Mann. Ich verkackte den andauernd. Das ist überhaupt nicht schwer. Nein. Ich bin runtergelaufen. So eine Kacke, ey. Oh, jetzt bin ich wieder nicht gesprungen. So. Ach man. Wir schaffen das schon noch. Ja. Auch wenn wir dafür jetzt zig Folgen verwenden, ja. Machen wir das schon. Oh. Ja. Ich jump runter, weil es so lustig ist. Alles klar, ich jump nochmal runter, weil es so lustig ist. Oh Gott. Dafür schaffe ich jetzt wenigstens jedes Mal den Leitersprung. Und jump dann einfach runter, weil ich kein Bock hab zu sprengen. Oh, da. Ah, weil ich es gekocht hab, schaffe ich natürlich den Leitersprung nicht. Geht doch immer so hin. Fuck. Ich fall das vierte Mal noch so runter, weil ich da runtergehe. Das ist der shit. Ja. Okay, das war Bullshit. Ich hab was, was man schreibtisch, nichts dran steht, was kaputt gemacht werden könnte. Ich spreng nicht. Ich bin behindert. Ich hoffe, die Katze ist worden. Katze, komm mal her. Nein, flieh. Oh, ich bin dran, ich bin dran. Ja, Mathis, so bin ich schon achtmal gestorben in letzter Zeit. Oh, die anderen zehnmal so. Ja. 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 Ja.